Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DJZ News. Herzlich Willkommen. Am vergangenen Donnerstag fanden Passanten nahe eines Waldwegs an der ehemaligen Mülldeponie in Brücken in NRW eine angeschossene Ricke. Nach ersten Erkenntnissen wurde mit einem Kleinkaliber auf das Stück geschossen. Ein hinzugerufener Jäger erlegte das kranke Stück. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Brücken. Wegen der Einfuhr von über 3000 traditionellen Masken und Statuen, die teils mit Tierknochen verziert sind, darunter auch einem Primatenschädel, muss ein Mann nun 25.000 Euro Strafe zahlen. Wie das Hauptzollamt Hamburg erst jetzt bekannt gab, wurde die exotische, aber illegale Warensendung bereits am 14. Januar abgefertigt. Sie stammte aus Kammerhoff, und war für eine Galerie bestimmt. Da der Einführende nicht die erforderlichen Papiere vorlegen konnte, muss er nun mit einer Strafe rechnen. Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen vergangenen Donnerstag und Freitagnachmittag nahe Fömmelbach in NRW zu. Der oder die Täter demolierten einen Hochsitz und klauten eine Alu-Ansitzleiter sowie zwei Wildkameras. Die zuständige Polizeidienststelle sucht in diesem Fall nach Zeugen. In der Nacht zum gestrigen Dienstag kollidierte ein 58-jähriger Motorradfahrer bei Trendelburg in Hessen mit einem Reh. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Kassel geflogen. Konflikte zwischen Landwirten sowie Förstern und Bibern kommen immer wieder vor. Doch nun traf es einen Hundebesitzer in Österreich. In einem Park in Linz an der Donaulände soll bei einer Biberattacke zwei Hunde verletzt worden sein. Wie RTLD berichtet, soll einer der beiden Vierläufer dabei so schwer verletzt worden sein, dass er eingeschleffert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen haben die Biber in diesem Bereich derzeit Nachwuchs und reagieren vermutlich aufgrund dessen derart aggressiv gegenüber den Hunden. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil.